Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video auf dem Server Ease. Erstmal Happy Birthday an dich Fiesta Online. Neun Jahre insgesamt, also jetzt ist jedenfalls der neunte Geburtstag und das finde ich ziemlich nice. Ein ziemlich flyer Dude hat meinen Platz hier geklaut, wo ich immer stehe und die Shop-Analyse mache. Das finde ich ein bisschen gemein. Und ich muss auch sagen, wenn er noch ein bisschen trainiert, dann sieht er vielleicht bald aus wie ich. So, ja mein Kapital sieht inzwischen verhältnismäßig eigentlich schon wieder ganz in Ordnung aus. Ihr wisst ja, ich habe letztens, das ist gar nicht mal so lange her, eben mir einen 50er Blutzwein gekauft, die jetzt lustigerweise tatsächlich viel, viel weniger wert sind. Aber ich habe euch ja mal einen Gedankengang da, ja, an einem sehr, sehr schönen Beispiel dargestellt. Ähm, so dass ihr das sicherlich nachvollziehen konntet. Hier ist es eigentlich so Zeug, das ist eigentlich irgendwie so nicht besonders so. Ähm, womit habe ich den Gewinn da noch gemacht? Ich glaube, ich hatte, ach ja, ich hatte einmal eine 70er Blue Army gekauft für 25 Gold. Ich wusste, dass die Mehrwert war, also plus null, aber ich wusste nicht genau wie viel. Da habe ich die einfach für einen Jam in meinen Shop gemacht. Das fand ich schon ziemlich viel. Wurde recht schnell gekauft, vielleicht war die sogar Mehrwert, aber die hat jetzt nicht mal so gut ist das. Deswegen hat mich das so ein bisschen gewundert. Dann hatte ich noch so einiges Set-Teil hier gefunden und ja, so fünf Jam ist schon wieder besser als gar nichts. Ähm, meinen Shop seht ihr momentan nicht so oft, weil ich eben jetzt schon wieder gar nichts zum Verkaufen habe. Deswegen werde ich jetzt in diesem Video live mal wieder schauen, ob wir was Schönes finden. Und außerdem möchte ich euch natürlich, äh, ja, so ein paar Tipps geben. Wie gesagt, ist immer nur meine Meinung, ähm, ja, was hier so, was wie viel wert sein könnte. Ach, das ist noch wichtig hier zu 50er Blue Waffen und 60er Orange. Schmuck Gegenständen, also es hat sich so ziemlich bewahrheitet, wie ich in dem einen gehypten Video erzählt habe. Ähm, dass eben der Preis signifikant runtergegangen ist, aber in der Anfangszeit konnte man noch sehr, sehr, viel verlangen, vor allem für die Äxte und den 60er Orange Schmuck. Äh, inzwischen, also es geht wirklich so steil bergab so ein bisschen, ähm, trotzdem sind es noch relativ dynamische Zeiten. Was bedeutet das? Ähm, na immer wo viele Schwankungen sind, kann man mit An- und Verkaufen eigentlich gute Gewinne erzielen. Also wenn ihr viel Kapital habt und euch die Preise von 50er Blues und 60er Orange Schmuck anschaut, könnt ihr da theoretisch gute Gewinne machen. Es ist allerdings schwer, weil man ziemlich viel Kapital braucht, da die Dinger ja schon einige Jam kosten. So, wir fangen wie immer, das würde ich euch auch empfehlen, nochmal eine kleine, warte mal, eine kleine Erinnerung. Immer hier unten anfangen, weil da, ähm, ja, logischerweise sind da die günstigsten halt... Hier, oh Mann, der ist schon weggekauft, Manometer, das regt mich, äh, naja, ein bisschen zumindest. Ähm, äh, die sind nämlich, warte mal, äh, ich glaub, zwischen 2 und 2,5 Gold, da kann man die relativ schnell, äh, verkaufen. Das gilt auch für Furor T5. Also hier schon mal wieder einen nicen Tipp für euch, ähm, ja, Bienchen war ich in letzter Zeit jetzt auch nicht mehr so oft. Ich glaub, ich hab so 8 Kisten oder so, keine Ahnung, wann da dieses Video kommt, nur zu kleinen Informationen, ähm, so. Ähm, ähm, oh ja, ihr seht schon, also, wenn so viel Zeug auf dem Markt ist, ähm, dann könnt ihr jetzt natürlich, also, ne, dann ist 2 Gold schon sehr realistisch. Da würd ich jetzt nicht die kaufen und mehr verlangen, das könnte auch nach hinten losgehen. Das wär ein Schuss in den, äh, Ofen sozusagen, wie man manchmal auch sagt. Hier, diese Schuhe sind interessant, die könnte man für 10 Gold verkaufen, aber das verkneife ich mir dann jetzt doch an dieser Stelle. Achso, generell mein Fazit zum Geburtstagsevent. Also die Deko in der Stadt find ich sehr nice, das gefällt mir, auch die vielen tanzenden, äh, Monster. Das finde ich, wurde gut umgesetzt, die Kingdom Quest allerdings hat mir nicht so gut gefallen, ich war da einmal drin. Und hab zuerst überhaupt nicht durchgeblickt, ähm, ach, Grüße an Scorpios, hätte ich fast vergessen. Mit dem war ich nämlich da in der Kingdom Quest, ähm, ja, Scorpios, Scorpios, ähm, ja, Grüße an dich. Der hat sich das nämlich gewünscht und, äh, da mach ich das natürlich. Jedenfalls, das war so richtig komisch, da sind so Monster in einer Reihe marschiert, aber man konnte keine Skills einsetzen. Und das hat mich so mega aufgeregt. So, wenn du Monster zwar angreifen musst, aber du keine Skills einsetzen kannst. Boah, ich bin da ausgeflippt. Ja, hier, äh, äh, Angry RessGG heute in der Folge. Ähm, ja, das war so, warte mal, ähm, also die Dinger hier hab ich teilweise auch schon für 15 Gold verkauft, aber das kann man sich jetzt auch sparen. Schreibt mal bitte, ihr, schreibt mal bitte in die, äh, in die Kommentare, wie ihr die Kingdom Quest fandet. Ich denke, das ist eine, die leider sehr, sehr schnell, äh, ziemlich leer wird, weil meiner Ansicht nach auch die Belohnungen dieses Mal, also vor allem betrachtet auf den Aufwand, jetzt nicht so lukrativ wirken, äh, oh, das ist nice, das ist mehr wert, das ist sogar so 30 bis 40 Welt. Dafür kann man sich natürlich, ach, so, auch richtig geil, ich hab meinen Raimi wieder auf den Main Chart, der hat so lange auf meinem, ähm, ähm, Match versauert, den ich eh nicht spiele. Ähm, äh, also das getten wir jetzt schon mal, nice, äh, oh, das ist auch nice. Warte mal, für einen Gem? Holy Moly, also da muss ich mir Gedanken machen, weil, ähm, das sind geile Stats, Leute, ne, das kann man nicht sagen. 40, warte mal, 40 aus dem 30 Guess, heiliger Molly, da ist was los, ähm, das ist in dem Fall jetzt weniger interessant, aber, ähm, könnte man da 1,5 verlangen? Ähm, ich würd sagen, warte mal, da gab's ein Set, was gut ist, und ich glaub aber, das andere Set war das bessere, oder? Ja, klar, klar, genau, wegen den Clown, das hier ist für Doppelschwerter, nee, 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 lass ich mal, irgendwie. Und Joker ist sowieso nicht so ne beliebte Klasse, also, das ist ein interessantes Item, aber in dem Fall, lass ich's mal, ähm, was ich noch sagen wollte, so ein Raimi ist echt mega praktisch, das hab ich schon wieder daran gemerkt, als ich meinen, ähm, Bienchenkrieger gelevelt hab, und da muss ich auch noch ne wichtige Info raushauen, nämlich, da hab ich auch jemanden getroffen, der hier theoretisch in nem Video erwähnt werden möchte, aber, der hatte mir Mobs geklaut beim Leveln, also, ich hab gequestet und er hat mir die Last Hits geklaut, der Monster, und dann kommt der Typ an und will ne Erwähnung im Video, ja, klar, so als Belohnung noch, oder was, damit er ihm meine Monster klaut, äh, wenn man aus so ne Idee kommt, äh, versteh ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ähm, wobei, das lustigerweise ist, der hat das dann nochmal als Kommentar geschrieben, unter nem Video, irgendwie, und dann, da hab ich so erkannt, der war eigentlich ziemlich nett, so, in den anderen Kommentaren, die er geschrieben hatte, davor, aber ingame, also, da war mein Bienchenkrieger noch nicht als ich bekannt, sozusagen, also, da wusste niemand, dass ich das bin, zu dem Zeitpunkt, da hat er mir echt Mobs geklaut, so, und dann kannst du mal sehen, jemand, der echt erst so ein bisschen nett wirkt, wenn du den ein bisschen genauer kennst, ist dann auf einmal nicht so nett, ne, also, ja, so ein kleiner Hinweis an euch, nicht jeder, der einen netten Eindruck macht, ist vielleicht auch nett, so, ähm, ähm, ja, aber das werdet ihr in eurer Lebenserfahrung wahrscheinlich früher oder später auch lernen, ähm, hier, ja, sonst der Teile sind so ein bisschen abgesunken, ähm, da hab ich meinen auch für 25, warte mal, warte mal, ne, oder? Hm, der ist ziemlich gut, ne, der Preis ist ziemlich gut gewählt hier von dem Ring, ähm, was wollte ich grad sagen, ja, sonst der Teile sind mehr so auf 25 Gold jetzt, klar ist nicht die Welt, aber besser als gar nix, ähm, ach, übrigens, äh, das ist jetzt so eine kleine Belohnung für die Leute, die so lange zuschauen, für die True-Fans, jetzt durch diesen Bienchen-Hype, ähm, ist das Interesse am Mara S-Kartenfarmen gesunken, das hab ich gemerkt, als ich meinen Krieger da gelevelt hab, was bedeutet das, naja, wenn ihr Bock habt, wenn ihr, warum auch immer, gerade Lust habt, in-game Gold zu verdienen, dann macht es tatsächlich Sinn, jetzt die Mara zu farmen, weil da waren alle Spots frei, mehrere Male, als ich da war, nur so als kleiner Hinweis, und genau, so, das war's dann auch schon wieder für die heutige Folge, ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Tipp, äh, mitnehmen, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn du eine Frage oder Anregung hast, in die Kommentare damit, wir sehen uns, äh, wenn du's noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt diesen Kanal, von nun an keine weiteren Fierstein-Line-Videos mehr zu verpassen, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, viel Spaß beim Zocken und bis bald, ciao!